Die Welt des Schlagers trauert zutiefst. Eine Legende hat uns verlassen. Tina Reinfurt, die bereits 1972 zum ersten Mal mit Drafi Deutscher, Kreuz 60, die Bühne betrat, hat uns im Alter von 77 Jahren verlassen. Taube ihre Karriere begann in den 70er Jahren und nahm mit Hits wie Silver Bird oder San Francisco B. richtig Fahrt auf. Ihr Ehemann, Peter Reinfurt, teilte die traurige Nachricht mit der Welt. Wir gedenken ihr mit einem Schwarz-Weiß-Foto und den Erinnerungen an ihre unvergesslichen Lieder. In den Kommentaren teilen Fans ihre Trauer und ihre Erinnerungen an diese großartige Künstlerin. Tina Reinfurt reiht sich ein in die Liste der Legenden, die uns viel zu früh verlassen haben. Erinnert ihr euch noch an Tony Marshall? Auch er hat uns im Februar 2023 im Alter von 85 Jahren verlassen. Hits wie Schöne Maid machten ihn unsterblich in der Welt des Schlagers. Lasst uns gemeinsam ihre Gedenken und ihre Musik weiterleben lassen.